Musik Misha hat ja hier ganz viele Musiker zusammen gesammelt, auch noch bildende Künstler und Fotografen, Maler, Musiker, also so vielfältig. Vielfalt ist das, was wir heute hier durch Misha erleben. Misha, der sich einsetzt für Menschen, die eben etwas anders sind als andere, aber anders sein vereint. Das ist ein schönes Schlagwort. Ich begrüße Sie recht herzlich zum ersten offiziellen Grenzen sind Relativfestival in Hamburg. Musik Hier steht ja auch auf meiner Kette drauf. Wenn man den Blick hebt, sieht man keine Grenzen. Ich finde, es ist immer eine Definition zu haben. Grenzen gibt es eigentlich keine. Grenzen sind Relativ. Es ist alles Relativ. Musik Basically, all that really matters is love. And that's what this is all about. And that's how we feel. Musik 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 Oh Wenn man, wenn man halt die Möglichkeit hat, ein paar ausgewählte Benefizkonzerte im Jahr so zu spielen, dann ist es gut zu wissen, dass es da jemanden gibt, der das sehr, sehr gut macht und das ist Mischa. Musik 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 Das Besondere ist, dass wir ganz viel Material mitgebracht haben und man hier auch wirklich arbeiten kann, wenn man Lust hat. Also es gibt hier ganz viele Farben, ganz viel Material, ganz viel zum Ausprobieren. Musik 50 Euro für das Bild. Herzlichen Glückwunsch! Musik Vielfalt ist eine Veranstaltung, wo Gangsterrapper auftreten und danach kommt eine Bauchpanzgruppe. Musik Musik Es ist so weit, so weit, so gut. Ich bin unterwegs, um die Ferne wieder zu sehen. Musik Ich bin bei dir, oh, 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 ich bin bei dir, ja, ja, ja. �azunden Musik Druckова Musik 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 We hope someday you join us And the world will be as one